Klare Worte von der FB-Star LKI Gündogan spricht über die höchste deutsche Spielklasse und hat eine deutliche Meinung zum Niveau. Dafür lobt der Man City-Star den FC Bayern. Nationalspieler LKI Gündogan vom englischen Tabellenführer Manchester City sieht die Fußball-Bundesliga in puncto Attraktivität im Vergleich zur Premier League-Klar im Hintertreffen. In der Bundesliga passiert mir zu wenig in den Spielen. Die meisten Mannschaften sind auf Sicherheit aus und darauf, Fehler zu vermeiden, statt zu agieren, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung Blick. Dass Bayern München mit 18 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten das Klasse-Münster-Bundesliga anführt, ist für den Ex-Dortmunder keine Überraschung. Bayern ist einfach Bayern München, der Klub steht schon seit Jahrzehnten für hohe Qualität. Es wird schwierig, dass ein Klub in den nächsten Jahren den FC Bayern überholen kann. In der Premier League hingegen gibt's etliche Top-Mannschaften, die Meister werden können. Die Liga ist ausgeglichener. Allerdings führt Man City die Tabelle derzeit auch mit 16 Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen- und Rekordmeister Manchester United an. Gündogan lobt die Einkaufspolitik der Bayern, Geld zu haben, ist das eine, es richtig zu investieren, das andere. Und Bayern München hat hier eben die letzten Jahre sehr klug investiert. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare bei theonline.de finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Vielen Dank.